Willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid, hier von Desenberg. Das ist in der Nähe von Warburg. Das sieht man hier rechts hinter mir in Hessen. Diese Burbank habe ich als Kind häufig aufgesucht und werde mir jetzt mal anschauen, was es hier noch so gibt. Jetzt gehen wir mal in den Turm rein. Mal gucken, oben wird es noch wendiger sein, als hier unten. Ich glaube, das letzte Mal war ich vor 20 Jahren hier oben. Oha, hier wird es alles noch mal schmaler. Oha, hier ist es komischerweise windstil. Das ist meine Aussicht. Cool. Ja, der Desenberg, da ist er nun. Ich war als Kind da echt super häufig drauf und ich fand das klasse. Man konnte die Umrisse der Burg noch sehen. Allein der Weg nach oben konnte man sich vorstellen, die Leute damals wie angreifen wollten, da hochgeklettert sind. Und der Turm, der begehbar ist, das war ein Highlight ins Kind. Man konnte es von weiter Ferne schon überall sehen und es hat einfach Spaß gemacht und jetzt bin ich da wieder oben gewesen und einfach toll, das mal wieder gesehen zu haben. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wie ihr seht, heute mal ein anderes Video. Ich bin zum Familienausflug nach Kassel gefahren mit dem Motorrad und habe mein Sportprogramm etwas erweitert ums Wandern und dachte mir, ich könnte Kindheitserinnerungen auffrischen und wandern in einem. Und ja, es war klasse, es war toll, es war wirklich ein Ereignis, da wieder hochzusteigen und ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Explosion hier auf die Burg und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst, wenn euch das Video gefallen hat oder ein Abo und ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis bald!